Obwohl er nicht so häufig vorkommt wie Brust- oder Lungenkrebs, ist Scheidenkrebs genauso gefährlich. Jede Frau sollte auf jeden Fall gut über das Thema aufgeklärt sein, damit ihr bewusst ist, auf welche Symptome sie achten muss. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es viele Arten von Scheidenkrebs, abhängig von der Art der Zelle. Die häufigste ist als Plattenepithelkarzinom bekannt. Es beginnt in den Plattenepithelzellen und tritt oft in den oberen Teilen der Vagina auf. Wenn es unbemerkt bleibt oder nicht richtig behandelt wird, kann es andere Gewebe in der Nähe befallen, einschließlich anderer Körperteile wie Lunge, Leber und Knochen. Frauen im Alter von 50 Jahren oder älter sind auch anfällig für das Adenokarzinom. Diese Art von Scheidenkrebs geht von den Drüsenzellen des Adenokarzinoms aus und macht etwa 10% aller Scheidenkrebsfälle aus. Jüngere Frauen sind eher von einem klarzelligen Adenokarzinom befallen. Melanom und Sarkom sind andere, seltenere Typen. Der Melanomtyp betrifft die pigmentproduzierenden Zellen, während das Sarkom die Zellen von Knochen, Muskeln oder Bindegewebe betrifft. Hier sind neun Symptome von Scheidenkrebs, auf die jede Frau achten sollte. Nr. 1 Unnormaler Ausfluss Obwohl dies ein häufiges Symptom ist, das viele Frauen allgemein bemerken, sollte seine Ernsthaftigkeit nicht vernachlässigt werden. Ein unnormaler Ausfluss könnte nicht nur auf Scheidenkrebs hinweisen, sondern auch auf andere Arten von gynäkologischen Krebserkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs, Eierstockkrebs oder Gebärmutterkrebs. Auch wenn dieses Symptom durch weniger schwerwiegende Gründe verursacht werden könnte, muss es auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. Nr. 2 Ungewöhnliche vaginale Blutungen Jede Blutung, die nicht mit dem Menstruationszyklus zusammenhängt, gilt als ungewöhnlich und muss untersucht werden. Unabhängig von deinem Alter solltest du, wenn du ungewöhnliche vaginale Blutungen hast, deinen Arzt aufsuchen und sie untersuchen lassen. Es passiert oft bei Frauen, nachdem sie das Stadium der Menopause überschritten haben. Dies ist eines der häufigsten Symptome von Scheidenkrebs. Nr. 3 Beschwerden beim Geschlechtsverkehr Schmerzen beim Sex sollten niemals ignoriert werden. Wenn du beim Geschlechtsverkehr mit deinem Partner irgendeine Art von Unbehagen verspürst, besonders wenn es in deinem Beckenbereich auftritt, solltest du daran denken, dass dies ein Symptom für Scheidenkrebs sein könnte. Nr. 4 Schmerzen im Beckenbereich Dies ist ein ernstzunehmendes Symptom, das in späteren Stadien von Scheidenkrebs auftreten kann. Im Allgemeinen tritt es auf, wenn die Krebszellen beginnen, sich auf andere Bereiche des Körpers auszubreiten. Wenn du Schmerzen oder einen starken Druck in deinem Becken oder in deinem Bauch unterhalb deines Nabels verspürst, ist es am besten, wenn du so schnell wie möglich medizinische Hilfe suchst. Nr. 5 Knoten in der Vagina Wenn du eine ungewöhnliche Masse in deiner Vagina bemerkst, ist es wichtig, dass du sie untersuchen lässt. Während es eine Reihe von Gründen dafür geben kann, ist eines davon tatsächlich Scheidenkrebs. Ein anderer Grund für einen Knoten in der Vagina könnte eine Vaginalziste sein, die ebenfalls ernsthafte Aufmerksamkeit verdient. Nr. 6 Veränderungen beim Wasserlassen Ungewöhnlich häufiges Wasserlassen gilt ebenfalls als ein häufiges Symptom von Scheidenkrebs. Es kann oft von Schmerzen beim Wasserlassen oder sogar einigen Tropfen Blut begleitet sein. Es gibt aber auch andere, weniger kritische Gründe für verändertes Wasserlassen, wie z.B. der Konsum von stark koffeinhaltigen Getränken oder eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme im Allgemeinen. Nr. 7 Veränderungen der Darmfunktion Neben Veränderungen beim Wasserlassen sollte bei Scheidenkrebs auch auf einen ungewöhnlichen Stuhlgang geachtet werden. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann es zu chronischer Verstopfung und schwarzem Stuhl kommen, sowie zu dem Gefühl, dass sich der Darm nach dem Toilettengang nicht vollständig entleert hat. Nr. 8 Rückenschmerzen Rückenschmerzen sind ein Symptom, das in den späteren Stadien von Scheidenkrebs auftritt, wenn er beginnt, sich in anderen Geweben des Körpers auszubreiten. Nr. 9 Schwellungen Laut Experten sind Schwellungen in den Beinen ebenfalls ein häufiger Indikator für Scheidenkrebs. Falls du eines oder mehrere dieser Symptome bemerkst, solltest du so schnell wie möglich deinen Arzt aufsuchen. Denke daran, dass je früher das Problem lokalisiert wird, desto eher kannst du mit der Behandlung beginnen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keines unserer Videos verpasst.